was denn ich mach doch gar nix jeder Maus hat mich gerade total erschreckt hat man aber nicht gesehen in der Facecam nur mit der Maus nicht erschrecken nicht mit mit meinem Gesicht oder hab ich mich erschreckt könnt ihr es ja mal nicht kommentare schreiben sitzt Marcel dann doch voll voll vor der Facecam und schiebt dann voll die Panik ey euch passiert nix gut da ist jemand gestorben da kommt ein Monster ja weil das hier ist ja gerade ein Test für Dad's Base da ich das ja jetzt playen will ja mit deiner scheiß Facecam genau ich koste nur Geld weißt du ja mir kostet hier nix mehr ja mir kosten die nix mehr wisst ihr er ist ja von uns der Schwerverdiener er denkt er meint er kann sich hier alles leisten und so genau ja und deswegen kauft er sich ständig teure Sachen und wirkt mir voll einen rein ey ich kauf das ja auch nur weil ich es kann ne ja genau ganz genau ganz genau das und das kotzt mich so an schon seit Jahren also ich kaufs mich seit Jahren bin ich immer der ich kaufs mir einfach weißt du weißt du ich bin immer der der zurückstecken muss ganz ehrlich ja wenn ich kauf das mir einfach ja nur weil ich es nicht kann was hat denn das damit jetzt zu tun ich komm hier raus ich hasse Menschen die Musik ist gut die passt voll gib mir was zu fressen Junge ich hab noch 56 ja noch 56 weißt du ich hab nur so viel weil ich so viel hatte ich habe alles mitgenommen was ging zu hause ich kann immer noch mitnehmen aber ich glaube wir gehen langsamer zurück ich bin langsam voll also es ist auch immer hier bei irgendwie bei 4tb ist es immer so da kann man immer total lange in der Höhle bleiben und dann wenn man fertig ist dann ja kann man wieder raus ey die ist gestorben und entweder sie oder ich oh oh mein Jetpack macht es nicht mehr lang sehen wir zu dass wir hier weg kommen bevor uns noch ein schreckliches Schicksal widerfährt waaah man wie Ben dronet ey oh hoffentlich bringt der Iblali wieder einen schönen Creeps Video ey da würde ich mich voll drauf freuen ganz ehrlich weißt du also ganz ehrlich ne kannst nach vorne das einzigste das aller einzigste Spiel wo ich mit Facecam jetzt playen würde wäre Sonic X ey ne das werd ich nicht das ist Sinn nur das einfach das ist kein Spiel das ist ein Mist ja das ist geil also ich finde es voll Hardcore Ultra Damage ein Mist das ist weil es für dich ein Mist ist ich glaube wir gehen hier nicht weiter da habe ich irgendwie wer nicht wagt der nicht gewinnt aber er kann auch verlieren die Chance besteht immer aber meistens bin ich der Gewinner ganz ehrlich oder auch nicht sorry ha 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 okay gut dann gib mir mal bitte Schnitzel sonst bin ich tot ja ich auch gleich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn so den Rest muss ich auch warum das ist mein Essen ähm wie heißt das ähm deine Eltern bezahlen dich ja auch nicht dafür dass sie dir Essen geben ja bin ich deine Eltern was bin ich deine Mutter oder so äh ich hab von da hin gesprochen ja deine Eltern bezahlen dich ja nicht dass sie dir du musst dir aber Geld geben was du musst mir Geld geben für das Essen ich dir seit wann bin ich das Sozialamt das so besoffen oder so äh verstehe ich jetzt nicht ich geb dir nicht Geld für dein Essen wie gibst du dem sozialen Essen für den ihr Essen hä 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 ja weiß ich ja nicht Mensch Morgren tue das not ne wie wie heißt da einer der stuttert Der Hüppi. Genau. Der Hüppi. Der Hüppi. Hüppi. Wie sagt er das? Ich weiß nicht mehr, wie sagt er das? Ey, ich komm nicht mehr drauf. Oh, wie jetzt mal der? Der Röhrig sagt oder was zu dem so. Hüppi. Nee, irgendwas. Keine Ahnung. Kommt das nicht mehr. Ist auch nix, Hüppi. Hüppi ist auch nix. Genau, das meine ich. Das meine ich. Ja, wie jetzt? Aber ich muss doch rumwufen und bauern. Ne? Jo, wenn er ist schon ein guter Film, muss ich sagen. Ja, gelb ich mich noch um. Du Ecker, der kriegt die Pillendose nicht auf. Das war knapp. Das war knapp. Das hat er nicht gesagt. Das war aber knapp. Bist du fast gestorben? Ja. Schade. Das war knapp. Ey, knapper geht's gar nicht. Knapper geht's nicht. Das ist mein ich ernst. Ich hab keine Fackeln mehr. Mach ich mir mal Stickies. Und dann machen wir drei Kohle rein. Und dann machen wir noch eine Kohle rein. Und dann muss ich kesseln. Ne, was? Und für alle, die der Last of Us schon kennen, nicht den Marcel spoilern. Genau. Wir sind alle gespannt, wie er sich am Ende entscheiden wird. Ja, keine Ahnung, gar nicht. Ich bleib da dann vorsitzen und mach nix. Und warte. Wenn dann doch irgendwas passiert, ja dann pass ich jetzt halt. So mach ich das. Was? 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 Nee, ich hab nix im Chat geschrieben. Warum? Er stirbt am Ende. Was? Ah, nee. Ach, das ist der Gibtnis ins Ende, äh, in den Chat. Nicht dem, nicht dem Marcel sagen. Das wäre ganz, ganz böse. Jetzt, wo du guck ich ja deine Videos nicht. Tja, außer Super Mario. Guck ich den Moment ja auch nicht. Das ist auch nicht mehr, du Banause. Ja, ich hab halt grad keine Lust drauf. Da-la-la-la-la... H lod la-la-la... A-ha-ha-ha Dichtbar. Dichtbar steht. Dichtbar ist nicht drin. Ja. So jetzt müssen wir dich aufnehmen, als�ndeskerl. Wie du da lachst, ganz ehrlich. Das ist doch kein Lachen mehr. Oh Gott, oh Gott, meine Lunge. Er stirbt. Es kommt vom Rauchen, dabei rauche ich gar nicht mal. Ich bin nicht Raucher und sterbe am Raucherhust. Was ist denn hier, Alter? Was stehst du? Ich habe keinen Platz mehr, schmeiß ich mal so einen Pilz weg. Wieso stehst du daneben? Wer raucht denn bei dir? Keiner, oder? Nein, aber in der Arbeit. Also Ausbildung, Arbeit ist das. Dann würde ich mal sagen, jetzt pass mal auf, ey. Mach den Scheiß aus. Sonst ist ja Achterbahn. Ich habe sie gewarnt. Ich muss Marcel unbedingt mal die Super-Ghost-Kamikaz-Attacke beibringen. Ja, nee, du verscheißt nicht. Ich glaube, ich glaube, das hat man jetzt gerade nicht so richtig verstanden, was ich gemeint habe. Ja, nee. Also ich meine, mach die Zigarette aus, sonst knallst. Und dann machst du Boom. Aber warum ist Boom macht? Ja, das weiß kein Mensch. Spinny! 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 Übersteuern, Audacity. Hast du es so gemeint? Hm? Hast du es so Boom gemeint? Ja. Nur ein bisschen mehr, dann mach dann so 10 Meter, 100 Meter alles weg dann, ja. Das meine ich jetzt in echt. Was? So eine Mini-Atombombe. Ne, ich weiß gar nicht was. Was ist denn das? Das ist ein, ein Schweißgas, das Hochexplosiv ist. Ich weiß aber gar nicht den Namen. Wer es weiß, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Du meinst Methan oder Propan? Ne, 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 das ist was anderes. Das fängt mit A glaube ich an. Ich weiß aber nicht, ich hab da jetzt gerade nicht im Kopf. Ah, dann weiß ich es. Acetylen oder so. Ah genau, das war Acetylen, genau. Glaub ich. Oder? Doch. Ja, kann sein. Doch, doch. Warum ist jetzt nicht die Lava weg? Verstehe ich nicht. Aber ich denke mal, das... Ja doch, 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 das ist das. Das hat nämlich, äh, wenn man... Der Ausbilder gesagt. Ne, ja, doch, das war der Ausbilder, wenn, wenn man das, äh, an, also wenn man erst das Gas auftritt und dann den Sauerstoff, also erst das Acetylen auftritt, dann anzündet und danach den Sauerstoff anmacht, dann macht's bumm. Dann ist alles weg. Alles. Ja, ich nicht. Also da im Umkreis von... Wie hat er gesagt? Ich hab 100 Meter oder so. Tja, ja, keine Ahnung. Kann auch weniger sein. Dann benutzt man sowas zum Schweißen, dann kann ich gleich einen Atomreaktor hinstellen. Das ist nicht weniger schlimm. Gut, der verseucht halt einfach mal alles, aber im Umkreis von 100 Meter? Ja doch, da kommt der Atomreaktor auch gut hin. Es kann aber sein, dass es weniger war. Ich hab grad die korrekte Zahl nicht mehr im Kopf. Ich hab gar nichts im Kopf. Einfach nur laufen und sterben. Einfach schwimmen, schweben. Wo ist hier Wasser? Ich hör Wasser. Ich hab jetzt keine Lust mehr, ich geh jetzt nach Hause. Ja, ich auch. Pff, ist mir zu dumm hier unten, weißt du? Dann musst du aber gehen. Guck, überall sind nur gelbe und grüne Kreise, die keiner Mensch braucht. Wollen wir uns nach oben bauen? Wat, wat, wat? Nach oben? Ja. Nach unten ist auch nicht schön. Ja, versuch nach oben. Von mir aus, mach doch. Okay, dann mach ich mal hier so. Du musst nur eine Fackel immer unter dir platzieren, dann kann dir nichts passen. Achso. Ja, mit einem Jackpack, weißt du? Das kann ein bisschen dauern, aber... Ich geh erst in einem Zug durch, weil ich hab nicht mehr viel Energie. Ich kann nicht warten. Ich nehm so lang mal deine Steine auf. Hey! Du hast mir Schaden gemacht. Ja, ja. Du bist mir ins Gesicht zertreten ey, das find ich voll unwirsch von dir. Mein Jackpack könnte gleich leer sein. Achtung, da kommt was runter. Der war mir jetzt aber auch zu unwirsch fast. Mein Timing drin ist gleich leer. Ich bin oben. Ich hab immer noch 1.000. 6.319. Okay. Das sollte bis nach Hause reichen, ganz ehrlich. Da können wir ja runterfallen. Ich kann nicht mehr hoch. Macht mir immer noch nix. Also ich komm nicht mehr hoch, wenn ich jetzt runterfalle. Okay, und jetzt kommt noch die Reise nach Hause. 960 Meter. Mit voll beladenen und 30 Höhen. Ich zieh das nicht mal. Okay. 970. Nach 300 Metern links abbiegen. Ach, da hinten, ne? Jetzt seh ich's. Hier war mal doch, ne? Ja. Ja. Wieso ist es eigentlich immer nachts, wenn wir hier sind? Keine Ahnung. 35. Yay. Und wir haben sehr viel Redstone bekommen. Und die. Noch 4.000 Einheiten im Jackpack und noch 760 Meter. Wir sind zu wenig. Nein. Dann lass mich in Ruhe. Lass mich. Der Name macht sogar... Der Name macht sogar auch Licht auf... Also sein Name macht Licht auf dem... Auf dem Wasser. Licht. Dunkel. Licht. Dunkel. Nee. Hell. Dunkel. Nee, ändert sich nix. Okay. Ja, und da wiederholt sich auch schon was von der Playlist. Aber es hat ja gereicht. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Hier haben wir nochmal Thaddeus aus Massivstein. Thaddeus, Thaddeus, Thaddeus. Haua. 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 Ich bin bereits beim Vulkan und du? Ich bin noch 620 Meter weit weg. Weil ich nicht fliegen kann, weil ich nur 1000 Energie habe. 1000? EU. Oh cool! Bis zum nächsten Mal.